Schaltet ein und findet raus, ob ich GENTU installieren kann. Das in den nächsten Mikroepisoden von GNU Funst. Nachdem wir mit FDisk schon ein bisschen was vorbereitet haben und festgestellt haben, dass man GENTU leichter installieren kann als das neueste Fedora, gucken wir jetzt mal rein, was wir für Compiler-Optionen brauchen, damit wir unser GENTU installieren können. CPU-Info unter dem PROC-Verzeichnis ist immer eine gute Quelle, da sehen wir zum Beispiel AES und viele andere weitere CPU-Flex, die uns helfen, unsere CPU oder eben die entsprechende Option dafür zu identifizieren. Und für einen Core i5 braucht man dann natürlich nicht so eine allgemeingültige Option wie AD964, sondern eher sowas wie Core-AVX-I. Wir wissen, dass die CPU vier Kerne hat. Es gibt so eine goldene Regel, dass man immer ein Thread mehr nimmt für die Make-Option. also geben wir dort J5 an. GENTU kommt natürlich nicht von irgendwo her. Es gibt sogenannte Spiegelserver wie fast bei allen Distributionen und wir bedienen uns das ist vom Spiegelserver von der FU Berlin, das ist quasi um die Ecke. genau gesagt von Informatikinstitut FU Berlin. Ja, dann können wir die Make.conf von Portage abspeichern und uns endlich in das neu installierte GENTU oder den Anfang der Installation von GENTU reinbewegen, kopieren uns vorher noch die Resolve.conf, wo unser Namensserver drin steht, in unser GENTU hinein. Um auch keine symbolischen Links zu kopieren, kann man mit der Option groß minus L bei Copy sicherstellen, dass der symbolische Link aufgelöst wird. Nun mounten wir noch unser PROC Datei System an die richtige Stelle von unserem GENTU System. Und auch slash Sys verbinden wir mit unserem GENTU und natürlich auch DEV, weil wir haben ja denselben Kernel. Da wird ja jetzt noch kein Kernel von GENTU gestartet, den haben wir ja noch gar nicht gebaut. Also benutzen wir den von dem laufenden ARC System. Und ja, nun können wir rein CRouten mit MNT GENTU und wir nehmen natürlich die Bash. den Prompt braucht man nicht anpassen, der unterscheidet sich schon, also wissen wir, wo wir sind. Nun können wir mit Source das Tickel-Skript laden, was so ein bisschen das Grundprofil von GENTU vorbereitet. Und nun können wir uns auch um Portage kümmern. Portage ist das Paketmanagement System von GENTU. EMERGE ist so der zentrale Befehl. Und wir müssen natürlich unser eben eingebundenes Repository natürlich erstmal synken. Da gibt es zwei Möglichkeiten. EMERGE WEBRSYNC oder EMERGE SYNC. Dann können wir uns Neuigkeiten mit ESELECT NEWS LIST angucken. Da interessiert uns jetzt nichts genauer. Dann gucken wir uns mal die Profile an, die zur Verfügung stehen für USEFLEX. Aber wir werden die erst später auswählen. Wir wollen nämlich uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir den neuesten GCC bekommen. Weil GCC 4.6 ist zwar schon relativ neu, ist auch stabil. Aber wenn man ein besonders schnelles System haben will und von bestimmten Neuerungen weiß, dann ist GCC 4.7 keine schlechte Idee. Und den schalten wir uns jetzt frei über die Keyword-Datei. Somit ist quasi GCC 4.7 freigeschaltet. Dann ist es auch noch ganz hilfreich, die Locals zu setzen. Gerade wenn man Umlaute verwenden will. In Deutschen ist es auch ganz hilfreich, die deutschen Locals freizuschalten. Das ist immer ein gern übersprungener Punkt, wahrscheinlich in vielen How-To's. Und nun geht es an GCC. GCC und GLIPC werden gebaut. Nun kann man natürlich einen Kaffee trinken gehen, nach unten joggen, spazieren oder nächste Woche wieder an seinen Rechner gehen. Je nachdem, wie schnell er ist. Dort war auch ein Parameter zu sehen in Emerge und zwar minus 1. Minus 1 heißt, dass es nicht in die Word-Datei geschrieben wird, sondern es wird so getan, als wäre es implizit installiert worden. Minus a bedeutet da übrigens, dass er vorher noch mal fragt, ob die Änderungen wirklich angewendet werden. Und minus V für mehr Output, wie man hier offensichtlich gerade sehen kann. Nun gibt es GCC-Config, ein Tool, das Gento mitliefert, um sich die verfügbaren GCC-Versionen anzuzeigen. Und wir wählen natürlich jetzt die neue aus, GCT472, und laden unser Profil noch mal neu, damit wir den auch jetzt gleich sofort verbinden können, in der gleichen Shell. Gucken noch mal, ob das funktioniert hat. Ja, ist vorhanden. Und nun können wir auch mit Emerge minus 1 av libtools noch ein paar Bibliotheken oder Helferlines für Bibliotheken installieren, was sehr praktisch ist. Auch hier wieder der Parameter minus 1, damit es immer wieder implizit mit installiert wird und upgedatet wird. Das ging relativ schnell, da musste nichts kompiliert werden. Nun können wir den alten GCC46 natürlich wieder deinstallieren. Das geht mit minus C für clean. Bestätigen. Bestätigen das mit ja. Dann hat man noch 5 Sekunden Zeit, das nochmal abzubrechen, falls man sich vertan hat. Genau. Nun wählen wir unser Profil aus. Und da ich vorhabe, einen Gnome zu installieren, Gnome Desktop, wähle ich auch das vierte Profil aus. Nun geht's dem System nochmal an den Kragen. Wir haben ja eben GCC47 installiert. Und ich möchte natürlich auch die Vorteile von Code nutzen, der mit GCC47 kompiliert wurde. Also baue ich das gesamte System nochmal neu. Nun habe ich aber eine Option vergessen. Minus E. Minus E bedeutet, dass ja alle Abhängigkeiten, auch wenn sie schon kompiliert worden sind, nochmal neu gebaut. Und schon habe ich auch eine viel größere Anzahl von Paketen, die neu gebaut werden müssen, bestätige das. Ja, und wer vorher eine Woche lang was anderes gemacht hat, der wird wahrscheinlich jetzt mehrere Wochen was anderes tun müssen, wenn der Rechner so langsam ist. Ansonsten ist das bei einem heutigen modernen Rechner in ca. ein bis zwei Stunden erledigt. Hier natürlich ein Zeitraffer drauf. Ja. Und weil das so lange dauert, normalerweise müsst ihr jetzt auch eine Woche warten, bis wir dann zum Körnel kommen. Also bis zum nächsten Mal. Madonna. Genau. Das wird es aber, was auch viele назв todavía nicht. Vielen Dank.